Lord Krulgeil, ich habe ein Geschenk für euch. Ein Warkfell, das muss von einem Warkbaby sein. Das ist so klein, ha 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 ha. Ich habe einige Fragen an euch. Aber sicher, Menschen haben immer Fragen. Reden zu viel, fragen zu viel. Ihr könnt eine Frage stellen, die ich euch beantworte. Ich bin ein großer, gütiger und weiser Anführer, nicht wahr? Gut, ich will wissen, warum ihr Gefangene aus Aga in Svermir nimmt. Ich nehme keine Gefangenen, ich brauche keine Sklaven. Ich habe so viele Kobolde, wie ich brauche. Ich bin der große Urk und befolge niemandens Befehle. Aber manche Urks sind schwach. Sie folgen einem neuen Meister im Norden, der ihnen sagt, sie soll den Sklaven bringen oder werden selbst welche. Danke, Lord Krulgeil, das ist sehr hilfreich. Okay. Wir gehen jetzt wieder zu Haus. Krulgeil, der aktuelle große Urk kam vor fünf Jahren an die Macht, als er den vorhergehenden großen Urk in einen herausfordernden Kopf abschlug. Seitdem formiert er aus den örtlichen Stämmen eine schlagkräftige Armee. Okay. Jetzt ist es ein bisschen jörgerhafte Gegenwirkung. Jörgerhafte Gegenwirkung. Nehi, die Kubat-Anhändler braucht eine mutige Person, die einige Zauberkomponenten sammeln soll. Hallo, hallo. Du dich bei Nehi für Arbeit bewerben. Ja, ja. Brauchst du ein paar Zauberzutaten? Ja, ja. Westenflügel von Westenhügel und ein Eis-Voll-Haar aus Taira. Nehi, wird gut bezahlen. Okay. So, wir machen jetzt eine Westensklaze. Dann gehen wir natürlich erst wieder nach Dunkel. Ganz klar. Und machen die Hauptstory erst mal ein bisschen weiter. Auf ganz entspannt. Okay, eine Wildcard. Vier. Och, rot wär so sexy. Ich könnte einen Vierer machen. Ne, scheiße. Och, ich bin so blöd. Das hätte meine Rote sein können. Das hätte meine Rote sein können. Sehr schön. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, wie bleibt kein anderes übrig. Doch, ja. Verdammt. Oh, sexy. Hat mir Mana geklaut. Der Bursche. Okay, so einer bist du also. Okay, okay. Du wirst also so spielen. Das können wir haben. Mein Freund. Wir können so spielen. Da hab ich kein Problem mit. Da hab ich kein Problem mit. Boah, das war spicy. Hm, das war sexy. Ach, du heilige Scheiße. Okay, ich brauch blaue. Ah, fuck. Kommt da kleine Drecksack mit dem Todesstich an. Ja, das ist ja mal dirty. Ja, war eine Kluge da oder gelassen? Hm, ich mach das mal. Nicht hier. Scheiße, wenn ich blöde. Ja, da. Ach ja. Nur mitnehmen. Ah, zum Glück hab ich das gemacht. Ich muss mir Zauberspur beibringen, mit dem ich hier meinen Statuswerte wegmachen kann. Das ist ja übelkacke. Du sagst mir was. Dieser Sch... Die hat auch nur gewonnen wegen dem scheiß Gift. Verdammte Kacke. Man. Ich krieg dich. Was ist, was ist, wolle, mein Freund. Ich muss gerade gucken. Ne. Ist aber mit. Strategisch überlege ich. So, da hab ich den schon mal. Auf was wird sich Schaden rausgefuttert. Frag. Einfach spät. Na gut, der hat's naja, das verdient auf jeden Fall. Muss ich dazu sorgen. Das ist scheiße. Warum passiert mir das immer nur? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Ah, das fängt wieder an scheiße zu werden, ne? Das fängt schon wieder an scheiße. Äzać. Oh. Gut, 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 gut. Nein, da gehe ich jetzt das Munition. 24, warum? In dem Gift? Alter, Bruder. Heilige Scheiße. Das ist ja anders Special. Der Lachs. Dein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, das ist der reine Huhn. Aber komplett. Daran habe ich schwungelt, ne? Warte mal kurz. Ne, ich mache das so. Genau wegen dieser Kettenreaktion. Mist, war ein Vierer. Oh, ja. Oh, hier gibt es mich schmitten. Oh, boah, da komme ich nicht hin. Sehr schön. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. So, mit Gelb habe ich das mal ausgesorgt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die andere Ressourcen. Die ich benötige. Ja, schön. Sehr schön. Diesmal bist du mein Spielzeug auf jeden Fall. Mein Goodstorm. Will es doch mal bei mir? Wie will es doch mal sehen? Der Lachs zu beenden. Der кого ist doch auch mal bei mir? Wie ist das eine Ressourcen? Der Lachs zu beenden. Wie ist das ein Ressourcen? Jetzt für dich. Oh, wenn ich dann ключe. Wie ist das ein Ressourcen? Fertig. Das ist das Ressourcen. Dann muss ich das Ressourcen, also machen oder so, wie ist das ein Ressourcen? Die Frage ist, fress ich den Schädel weg oder warte ich zur nächsten Runde? Dass ich das Ding setzen kann. Deiner Sack, Alter. Das war ein Eroikator. Das war ein Eroikator. Das war ein Eroikator. Das war sehr schön. So, und nicht anders. Das war ein Eroikator. Das war ein Eroikator. So, gehen wir hier hin. So, machen wir hier erstmal weiter. Mission besogen. Imkanntes Gerücht. Ich erhielt heute Morgen Nachrichten über euren Bekannten. Sie war schwer zu bekommen, weil ihr mir nicht alles sagt, was ich wissen muss. Was sagt die Botschaft aus? Dass diese Person, die ihr sucht durch Nordkur und in die Berge hinein gereist ist. Wenn ihr mir genaueres sagt, könnt ihr euch vielleicht besser helfen. Nein, ich kann euch nicht mehr sagen. Das muss genug sein. Danke. Okay. Okay. Okay, wir gehen hier hin. Okay, gegenwischen. Okay. 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 weil das war auf jeden Fall auf Spice. Nein, das lassen wir, das lass mal. Ich geh mal weg. Nein, nein. Ich weiß was du wolltest. Ich weiß was du wolltest. Sowohl, dass das Volumen ins Skelett kommt, aber nein, so nicht. Man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Danke. Zum Glück hat er kaum Leben. Der kleine Wisch. Ich nehme das Geld. Ich nehme das Geld. Hm, ich nehme den. Wenn mehr Bodenschädel da wäre, hätte es sogar ein bisschen gefährdet werden können. Da hätte ich schon überlegen müssen, ob ich... Ob ich Schädel fressen oder nein. Aber Gott sei Dank, ich habe keine Schädel da. Danke. Oh, Mann, der Schwund. Oh, schade. So, gewonnen. So, wie ich das gehört. Also, Sirius. Ne, Sirus. Was, Sirius? Ich glaube, Sirius. Wir haben eure Bekannten in ganz Nordrück gejagt. Könnt ihr mir wenigstens sagen, wie er aussieht? Nein, das ist nicht wichtig. Es war wichtig genug, um uns herzuzerren, damit wir ihn suchen. Ich will euch nur helfen. Ihr könnt mir nicht helfen. Das kennt keiner. Hier ist auch niemand. Wir sollten zurück nach Dungur. Okay. Mission besuchen. Okay, Urgortaktiken. Urgortaktiken. Die Urger im Süden werden rastlos... ...werden rastlos. Jemand muss hinfahren und sie zur Schnecke machen. Leider muss ich nochmal um eure Hilfe bitten. Wenn es mir dabei hilft, herauszufinden, wer diese Urge beherrscht, helfe ich gern. Indirekt könnte es helfen. Was meint ihr mit Indirekt? Urger hat mir den Urger im Südenstrahl angezettet. Wir fürchten, dass er sie darauf verbreitet, uns in den Lungur anzugreifen. Wie verhilft mir die Lösung eures Urgerproblems zu dem, was ich suche? Das wohl nicht. Aber wenn ihr die Urger ignoriert, behindert, euch das, wenn sie nach Norden marschieren, am besten, wir halten sie jetzt im Süden aus. Das macht Sinn, ich kümmere mich darum. Hier ist eine große Zahl... Boah, die fände ich doch gut. Die kämpft die Ur. Okay. So stimmt, Urger habe ich da schon gefangen. Von denen habe ich halt die Attacke plümmst. Du weißt, wo er schön will. Ja, ja. Du weißt, wo er schön will. Genau da. Oh, den blauen wir mal mit. Ich habe gerade überlegen. Und rot nehmen wir mal. Fuck. Fuck. Schade. Ja gut, der Schädel ist noch da. Wir machen einfach den hier. Und wir hauen alles weg, was da ist. Oh, noch ein Vierer. Neck. Sehr schön. Noch mal den hier. Ach ne, scheiße, ich muss noch boten. Ah, schade. Sehr schön, sehr schön. Oh, da ist ein Zusatzzug. Das kann man nicht mehr an. Not bad, not bad. Noch ein Zug. Oh, das wird Aua tun. Ne, doch nicht. Ich muss gerade überlegen. Ach, ein Vierer hier. Ah. Jetzt. So, jetzt geht der Spaß wieder von vorne los. Mana suchen. Und danke. Und danke. Danke. Ähm. Mist, ich brauche Rot. Grün bringt mir nichts. Mensch, das war doppelt. Das hätte mein Rot sein können. Böse Org. Dieser böse Böse Org. Komm und weg. Okay, jetzt bin ich voll. Jetzt sucht mich auch nicht. Ich brauche aber gelb. Ein Plump. Ich brauche immer noch gelb. Könnte ich das jetzt herzaubern? Nein. Das wäre perfekt. Das ist genau mein Type. Das war blöd bei mir auf jeden Fall. Den Schuh muss ich mir anziehen. Ja, gut, ich hätte ja das gemacht. Dann das. Gerade, ich bedachte, da kommt ein Dings. Haben wir da das Problem? Du hast ein Org besiegt, aber der Rest scheint dich zu ignorieren. Ich kämpfe noch mal gegen ein Org. Das ist ja so. Okay, der ist also besser ausgestattet als die anderen. Dann werden wir was drauf zaubern, würde ich das sagen. Ich werde es bereuen, wenn ich das mache. Sehr schön. Warte, ich habe kurz mit bei uns mal den hier. Ah, Mist, habe ich hingeguckt. Da habe ich die schönen Punkte, die ich mir ergattert habe, wieder verloren. Ach, wirklich? Ah, schrecklich. Alles gut, Schnappatmung. Ein Glück ist dort ausgerutscht. Danke. Dankeschön. Hm, ich brauche gut auf jeden Fall. Jetzt habe ich unten den Schrot. Sehr schön. Alles wieder am Start. Alles wieder am Start. Das ist sehr, sehr gut. Ja, du kannst ruhig loslegen. Ich bin da nicht so. Sammle ruhig deine Totenschädel in einer schönen 9er Form. Wäre ich dir nicht böse? Muss ich sagen. Ich brauche noch mal hinten rein. Oh Mist, damit kannst du nicht anfangen. Glück ab, mein Junge hat es Glück ab. Muss ich sagen. Hm. Jetzt holen wir uns mal bitte blau. Ja, schön. Und es ist ein bisschen blau. Äh, die Nieder eines zweiten Orgers scheint sie ein wenig beruchtet haben. Okay, Reiki wieder zurück.